Hallo Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft-Docsin-Pvp und ihr seht, ich blubber, denn ich habe Schnelligkeit! Leck mich! Leck mich! Leck mich! Easy going! Und ich habe drei Tränke im Inventar und zwar einmal Schnelligkeit und zwei Monate Wasseratmung. wir haben unsere Tränke fertig gemacht Enderman Alter das Skelett hat mich in der Luft gehittet Slimeboy ist auch noch online, nur wir sehen ihn grad nicht. Ah doch der ist unten in seiner Base Alter diese Kuh diese Kuh? ich vor allem uns grade essen als ob wir nicht schon genug hätten, aber ich will den Ender mit dem Platon gönn dir zum sterben genau in dem Moment als ich ihn hieben wollte ist er weggeportet ich glaube er hat sich sogar unsere Base geportet er war grad hier auf der Wiese Slimeboy ist draußen ich glaub der kommt dir zu Hilfe, der hat auch ein gutes Eisenschwert ja, hat er ich bin der Lois Quibbis, der weißt warum hm weil du immer das ganze Eisen verblamperst ich hab ja, ein Stack ist einfach weg, ich weiß gar nicht wo der hin ist hast du deine Enderkiste schon geschaut? ja, da waren zwei Stacks Eisen, jetzt sind nur noch ähm, zwei da oder drei, da waren dreieinhalb Stacks Eisen waren da drin in deiner Enderkiste da waren 24 Eisenblöcker drin, aber hier hab ich meine Eisenblöcker reingetan, in dem ich sehr ähm, auseinandergecraftet hab aber wo die hin ist, frage ich mich auch, ich hab keine Ahnung und ich probiere immer, ob ich Netherwarzen mit Bonemean verschnellern kann ne, geht nicht so ich hol, ähm, haben wir irgendwo noch Steini, Schwertis? ich hab noch eins kannst du mir das mal geben? warum brauchst du mein Steinschwert? ich hab sonst keine andere Waffe, brauch dir doch eins hier, ich leg die Stöcke in die große Truhe von der Mine oh, ich hab ein nagelneues Steinschwert Slamboy geht da draußen nicht ab Edgariana, bleib stehen ach so, die Tränke kommen in die braunen Kiste ja, ich hab noch Schnelligkeit für vier Minuten die nutze ich auch, das Tränke, dann rein die Gerner war mir ja, ich geh los auf Tour ich will noch ein paar Slime, äh, Balls holen und ich equippe mich mal ein bisschen besser und dann geh ich auch gleich meine Rüstung enchanten, wenn ich schon sechs lebe Paluten fände das, was ich gerade mach, nicht schön warum? ich tötte ganzen Edgars hier draußen du hast, du tötest Edgariana? hm, Spaß nein, das war ein Schmetgariana wir sind, wir sind nicht Paluten unsere Lieblingstiere sind Hasen Emmas und wie sollen die Hasen heißen? aua Mistkerl und warum kommst du gleich auf Emma? Emma heißen die Kühe hier alter, dieser Skelett, das pisst mich so an jetzt kriegst du eins aufs Maul jetzt kriegst du eins aufs Maul wir haben so viel Zeug ich weiß und vor allem mich geil, ich auch man, sag nur nicht, meine Maus ist schon wieder abgekackt wie viel hat eine ich meine noch am Akku bei meiner liegt es nicht am Akku die disconnectet sich immer wieder weil meine ist eine Kabelmaus hast du schon mal den USB-Port sauber gemacht? nö die Wetten gleich kommt solltest du mal machen solltest du mal machen? das war's aber ich kann Gedanken lesen und weißt du was? ich hab drei Bohnen mit dem Inventar was? was? drei und eine Ender-Port alter, Edgar bleib stehen Edgar 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 will nicht stehen bleiben das bedeutet sein Tod dann ist es nicht Edgar, dann ist es Renga Renga Wenga? Renga nicht Wenga nein, das ist Renga ja, renn Renga Renn 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 Rennenga 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 geil ich mach so hässliche Scherze manchmal aber manchmal hast du auch gute weißt was wir mal machen müssen wir müssen hier in dem, ähm, Sumpfgebiet ähm ich wollte gerade F3 drücken ähm müssen wir unbedingt mal, ähm, die äh, verdammt wie heißt das, Misting? ähm Schleim Slimes, ähm, Farmen allerdings, die spawnen ja nicht relativ häufig allerdings hab ich eine Idee wir können eine Slime-Farm bauen im Sumpf ist das ja möglich und wie? das ist nicht schwierig sondern du machst einfach einen dunklen Bereich die spawnen von Lichtlevel 9 und weniger äh, 7 7 und weniger und wenn wir dann ein dunkles Gebäude bauen können wir darin Slimes spawnen lassen also ich hab jetzt eine volle Eisenrüstung schon mal geil, ich auch allerdings ist mein Brustpanzer bald hin weil ich den von den Armustents runtergeholt hab äh, diese Hasen hier kotzen mich so an die sind einfach untödlich besonders weil die die ganze Zeit durch die Gegend rennen Hase bleib stehen weißt du was? ja was soll ich wissen? still bleiben! still bleiben! ich! ich mach uns ich mach mit zwei Eisen 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 ja, ihr habt endlich gestorben Mistding uh, Huhn keine Ausdrücke ich geh jetzt spawnen in Schaden, okay? ich freif mich noch schneller wir haben unseren Öfen Clay ich weiß wer hat das da reingetan? ich oh toll, es hat 18 Bricksgill gebracht soll's auch ich bin im Blumenkübel bauen und unsere Base ein bisschen verschönern so hey, diese Hase, den kriegt ihr zu eins aus lo, ich hab den mit Säurebombe one-hitted ich kann Hasen one-hitten du kackst halt bei mir ab von der Verbindung da, da, da gell gell wie lange nehmen wir jetzt schon auf? ja, wir haben jetzt gerade erst eine neue Folge angefangen also äh, kannst mal schon auf die Uhr gucken äh 1857 50 Mayer Klamen ist Bieting ist zu Ende deswegen bin ich so lahmarschig naja, lahmarschig bist du nicht du kommst nur lahmarschig vor ich glaube ich hab mich verlaufen und ich glaub bei mir leckts so derbe, dass ich nur in Standbildern vorwärts komme aber gleich legt sich's wieder ja, ich seh schon jetzt geht's wieder langsam flüssiger es generatet die Welt nämlich ja Kartoffel reinpfeifen so so ich bin wieder daheim im Fall die scheint's gut zu gehen und ich hab einiges an Essen mitgebracht toll, ich will in Chanten gehen und vergesst dann Lapis mitzunehmen naja, egal, ich geh später in Chanten ich tu die Rüstung in meiner Kiste ok, gönn dir so eins zwei ach so, der Fassi, der kann schon mal in meine Truhe gucken dann kann er euch zeigen, wie viele Raketen wir schon haben wir haben inzwischen drei Raketen und ein paar Eisenschwerter ich muss mir auch noch mal Eisenschwerter machen dann hab ich das ultimative Doom-Schwert du brauchst kein ultimatives Doom-Schwert warum nicht? du hast immer die besten Sachen ich muss immer mit dem anderen Zeug abgammeln ich verzauber auch meine Sachen, das wär nicht so du kannst ja gern mal in meine Kiste schauen da hab ich das ultimative Doom-Schwert auf Doom ba 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 das ganz oben Schärfe 3, Haltbarkeit 2 und Rückstoß hey! das ist meins leg's wieder rein Wollte ich nur mal in der Hand halten das Excalibur 3.0 wegen Schärfe 3 ne 3.2.2 t t h fast wieder 18 ich habe ich habe 392 Gold auf der Bank was hast du eingegehen dass du es weißt? Slash who und dann der Name Slash who w h o w h o ich hab ich bin klasse Schattenläufer auf dem Konto hab ich 9 Gold nicht gell im bar habe ich 23 von momentan ich bin grad koppelfahren weil du siehst dich ja beschwert dass wir so wenig koppel haben ich nehme dabei auch noch Kohle mit ich sehe dich da unten rumlaufen da weiß er wurde ich hab wenig nimm noch Fackeln mit diesen in der Baustoffkiste ich war es ich bin aber noch nicht glücklich ich geh jetzt mit meinen Sachen entstanden n n n n n n so es gibt übrigens nur noch eine einzige Änderkiste am Sporn habe ich gerade so gesehen da waren ja sonst immer 2 einer Fehlerseite da ist jetzt nur noch eine n n so so Schärfe immer gut und hier was hätten wir denn da gerne aah das ist ein Scheißdreck deswegen also ich hab ich fand grad Koppelstern war ich sehr interessant ich glaub ich geh da noch irgendwo hin wo ich mehr Eisen finde irgendwie weißt du was ich pack mir noch ein Banschwert das benutze ich dann jetzt was bringt eigentlich Bann Bann ist sowas ähnliches wie Rückstoß soweit ich weiß nein glaub nicht Pansch war was ähnliches für Rückstoß Pansch Pansch ist doch Schlag ja Pansch ist Schlag es ist auf dem Bogen aber auf dem Bogen kann man auch Rückstoß drauf machen aber Pansch schlag macht zusätzlich Damage aber kein Rückstoß zusätzlich doch Pansch macht Rückstoß auch da Gott und wohl hätte ich hab dem Mond gesehen 2 gel keine Ahnung wie es war auf jeden Fall saß Maupen Testen mal das Spannenschwert dort dort er hat dort wohl unsere ersten Dias gefunden haben wir haben ich habe hier Gold ausgegraben gut falls du noch Dias findest bringen ordentlich mit ich habe keine Eisenspitzhacke dabei ich gehe dann nach oben wenn ich welche finde und WTF Bannhaut Damage raus aber wie für eine Kuh habe ich eigentlich vier Schläge gebraucht und mit Bannhaut drei Schläge draus Jo jetzt testen wir das ganze mal in Creepern aus komm her sie sind okay ich bin die Auer mit zwei Creepern einer Spinne Alter warum kann ich die nicht schlagen da finde ich keine Dias ja da werden wir ins nächste Mal machen wir eine Farm-Folge wo wir einfach ein bisschen reden ja wir sollten mal irgendwann sollst du eine Kommentarfunktion abfangen machen dann könnten wir eine Farm-Folge machen so eine Fragerunde machen was denkt ihr so und so oder wie dann können wir einfach sagen wir machen nächstes mit nächste folgende Farm-Folge bitte schreibt uns Fragen in die Kommentare die wir beantworten können genau das meine ich genau das meine ich du kannst noch eine Reihe dazu machen ich habe doch mal erzählt in der Schule dass ich eine Sumpf-Base gefunden habe jetzt kann man die von Kios sehen da sind Fackeln hinten im Sumpf habe ich auch Fackeln gesetzt ja aber das ist du hast an einer anderen Stelle Fackeln gesetzt wo genau zeig mal ich weiß wo die Monster hier drüber kommen hier können sie einfach mit einem Block drüber jumpen wo hier an dieser Stelle war ein Block hier unten also Hobbit-Stone haben wir wieder ich habe ein Stack ich tue jetzt in die Kiste ok ja also wir beenden die Folge hier jetzt dann wir sehen uns am nächsten ja tschüss ciao